Der Racer ist ein Tazard, am Basketball-Streetball-Court, richtig cool ist ab 14 erst, muss auch haben, und ich habe Lifestyle, oder mal hier auch. Denn ich bin etwas besseres, plus Kriminalität, als würde ich zum Zweck, aber auch gleichzeitig ein Erwachsener Lifestyle, Mann, das Glück, ja, ja, gut, die Zahl des Jungen spielt keine Rolle, ja, ja, es rules, aber das muss ja auch sein, was ich gesagt habe, und dann spielt die Zahl des Jungen keine Rolle, und ich will alles geschenkt, ja, wenn man von den Peasants redet, die alles geschenkt bekommen wollen, redet man ja nicht nur von, wer will den Teneriffa-Urlaub geschenkt, und die Jagd, und Geld, und ein Auto, sondern der will Menschen ficken, Frauen, das will der geschenkt, und andere dürfen das nicht, und andere sind weniger wert als der, will der, und andere sind weniger wert als vorher, und andere sind überhaupt kein Wert, und Zusammenhänge, hoch, anzeigen, um alles gewinnen, ja, das ist ein Present, man muss verstehen, was ich habe, was ein Present ist, ein Present weiß keine, rules, ist daher nicht Regeln, privat ist ja nicht Present, du bist aktiv und privat zugleich, das ist ein Wahnsinn, alle Frauen sind privat, und alles, was ein Present ist, ist unter der Stadt, weil du verdienst das, was du im Büro, das stehen hast, was du selbst, complete, konstant, elementar, wenn ein Mann bist, aktiv und privat, ja, ja, das hast du, man muss das haben, mein Mann ist aktiv und privat bist du, Presence ist unter, und die Frauen haben Presence ist unter, weil die Frauen sind privat, ja, wahr ist das richtig, verstehen Sie, weil wir Aktiven regeln, alles miteinander, und die Frauen sind mit, ja, halt komplett star, ich bin aktiv, privat, Lifestyle, both Razor, Tazad, Rapstar, Krefeld, King Krone, ja, King Krone, ja, natürlich bin ich da, ich bin Rissart, Designer, richtig komplett, der König, halt, 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 richtig, ja, halt, Rostow, Jot, Altara, Star Jot, richtig komplett, wie ein Style Designer, so ein Pop, war in to, go, in to ground, ja, Meso ist Schrott, ja, Razor, Tazad, Fuck, Pop, Bomb, war in to, go, in to ground, Ist tragikute, Lifestyle, Rapstar, Meso hat seine Drecksnutte, sie ist niemals wert, das ist wahr, ich beschütze Frauen aber nicht, ich verstehst du, ich bin Style Wizard, ja, Razor, the Tazad, so poly, Style, almighty, Die Dan King Vizade richtig komplit wie Peng Mei. Verstehen Sie? Ein Kampfkunst, Zeldan Vizade. Razor, Zetadad, das will ich nicht verstehen. Kampfkunst, Zeldan Vizade. Razor, Zetadad, Rappstar. Ja, Elementar. Ist man aktiv und privat zugleich, ja. Ich hab das nicht erfunden, das ist schon. Aber ich bin der Hochmensch. Dann hab ich das doch erfunden. Es sei denn, die Lab haben das erfunden, ist ja Ruhe. Wenn die Lab hoch sind, ja, es geht nicht um Hoch. Wer der höhere Boss ist, wäre wiederum was anderes. Aber wahr ist, dass das mehr Details hat und dann geht das nicht. Dann sind die Lab hoch. Da bin ich der höchste Mensch. Und hab die Rules Zeitpunkt bevor allen anderen. Die Lab haben die Rules kreiert. Für die Menschen, wobei es auch Rules gibt, die die Lab haben, die natürlich für die Menschen sind, die nicht anders sein können. Und das sind dann doch alle Rules. Das heißt, die Lab haben die Rules, die es gibt. Und für die Menschen sind es schon immer alle. Die ganze Zeit. Und jetzt gibt es noch eine Option. Die Lab haben die Rules, die für die Menschen richtig sind, erkannt. Immer mehr als vorher. Weil vor dem Urknall gab es ja die Lab auch noch nicht. Ja, deswegen haben die Lab die Rules, die für die Menschen sind, erkannt. Und dann gab es die Menschen. Also, so miteinander. Gelevelt ist das. Menschen entstehen. Und die Lab haben auch immer in dem Moment natürlich Equell. Weil die Menschen lassen die nicht hoch sein. Die Rules dafür, die Menschen zu sein haben. Wir alle sind, wir Menschen alle sind im Grunde unter Stadt. Man muss verstehen, was ich habe. Das Highset ist Level. Und ich bin wert. Und das höchste Level, was ich habe, da bin ich unter der Stadt von meinem Hoch, der noch höhere Level weiß. Die ganzen Zeit, Rules und die Gesetze und alles weiß. Ja, Etagen 100. Und du bist in Level 80. Also 1 bis 80. Aber ich bin in Level 100. Ja, dann habe ich dich unter Schnatz bis in Level 80. Du darfst aber wissen, dass es auch noch Level 81 bis 100 gibt. Das ist mein System, weil das ist eine Level-Systematie und du bist wert unter der Schnatz. Du wirst dich verarscht. Aber es ist auch hoch, dass du nicht die Rules hast, die einer hat, der Level 81 ist, während du Level 80 bist. Das ist mein Level-Systematie. Mit natürlich Schnatzsystematum, wenn ich Schnatz dazwischen... Ja. Und ich halte nicht Leute unter Schnatz, ob sie ETC. Verstehen Sie? Ja. Aber das weiß nicht jeder dasselbe. Das ist ja nicht versteckt. Und das hast du, wenn du eine Level-Systematie begreifst. Und ich bin so elementar, dass ich das ja begriffen habe. Wenn wir einen Planeten haben und die Menschheit ist, 100 Level, sagen wir jetzt mal, dann gibt es Menschen, die sind in Level 1 und es gibt Menschen, die sind in Level 1 bis 11 und es gibt mich, ich bin Level 1 bis 100. Level 100 weiß hoch für Level 1 bis 99 und auch Level 1 darf wissen, es gibt 100 Level, damit er akzeptiert. Und das ist jetzt ein Haben für, was man hat, wer ich bin. Verstehen Sie, wie ich alles immer sehe, das kann man ja übertragen auf alles mögliche, wie ich das habe. Ich bin sehr fair und ich habe ganz viel Good-Way und wer im Good-Way ist, ist was. Und du bist nicht in einem Level und musst Gegenteil dann wissen von Rules, die eigentlich Rules sind, das ist nicht ein Level. Sondern du bist in einem Level und weißt Rules, die in echt stimmen. Und du bist damit ein Element dieser Gesellschaft und alle Elemente dieser Gesellschaft sind miteinander nicht widersprüchlich, sondern stimmen ineinander. Und hier habe ich, das ist meine Level-Systematie, Write Complete und das ist ein TV-Rapstar, weil ich hatte noch niemals Kohle. Ich habe meinen eigenen Raketen, will ich haben jetzt alles, Raumhäfen etc. Ja, ich habe, Rakete weiß ich auch schon die ganze Zeit, ist ja klar, ich habe ja Level. Ich habe jetzt meinen Tempel da, ich mache hier weiter als Lifestyle-Bosse, gebe mir ein Opernhaus, aber ich habe in 2, dass ich ja höher wert bin als das, ja, das kann man bitte hoch haben, dass ich ja höher wert bin natürlich als ein Opernhaus, weil ich bin ein Hochhörer-Lapp. Denn ich habe 30 Jahre lang Hard Knocked Life Control und bin höher geblieben und hoch als alle ist ein Hochhörer-Lapp geworden. Ich habe nie irgendwas geboten bekommen, Geld etc. Ich durfte nicht in Zusammenhängen hoch sein. Ich hatte keinen Bürowert, Militärwert ja, wir schauen uns das an. Ich bin aber nicht nur ein Experiment, also für mich bin ich kein Experiment, sondern ich bin die ganze Zeit 1000 Promils konstant, ich bin Leben wert. Ja, und das heißt, ja, dass ich ja dann höher bin, definitiv schon mal, als alle Menschen, die nicht auf 1000 Promils hatten, dass ich ein Wertleben bin. Und das ist dieser König Wandern, der dann seinen Thron einnimmt. Dann geht's. Richtiger, richtig Gia, richtig Gia, richtig Jard, richtig Jard, ride complete. Ja, es ist der Lab, Mann, wie hochhör, Kohnelab. Das war's für heute.